Beim ersten Hinschauen wird man vielleicht ein schon bekanntes Fahrzeug vermuten, doch bei näherer Betrachtung wird schnell klar, das ist kein bekanntes Auto, sondern ein ganz neues. Der neue Lada Vesta. Wir haben jetzt eingeführt den Lada Vesta, eine Stufene-Klimousine mit hochwertiger Ausstattung, beginnend im Preis bei 12.490 Euro in Österreich. Tolle Farben, Top-Ausstattung und sind gespannt, wie die österreichische Kundschaft darauf reagiert und das Fahrzeug annimmt. Das Fahrzeug hat einen 1,6 Liter Motor mit 106 PS. Die Front ist geprägt von eher gerundeten, weicheren Formen, die von den Boomerang-artigen verkromten Bügeln passend unterbrochen und akzentuiert wird. Im Innenraum geht es europäisch aufgeräumt und modern zu. Auch die Verarbeitungsqualität kann überzeugen. Die Platzverhältnisse sind auch okay und auf den gut konturierten Sitzen findet man schnell die richtige Position. Das Fahren geht im neuen Lada Vesta spielerisch von der Hand, das Fahrwerk präsentiert sich von der nicht allzu harten Seite und lässt einen entspannt von A nach B gelangen. Für 12.990 Euro ist das Fahrzeug zu haben. ARD Vesta spielerisch von Azi